meine kapitäne und mit kapitäninnen schön dass ihr wieder dabei seid let's play world of warships ist das format und pensacola tier 7 kreuzer das schiff des formats ja pensacola beziehungsweise gerade diese kreuzer reihe finde ich selber sehr gut die cleveland davor war spitze oma war gut und auch die was war es denn die phoenix war natürlich auch stark aber jetzt spielen wir pensacola und man sieht hier im matchmaking auf der karte norden dass die tierpitz erschienen ist und dementsprechend gibt es hier natürlich auch gleich viele tierpitz aber das ist ja zu erwarten gewesen sei es drum wir legen los und schauen was hier passiert ich spule natürlich erstmal in gewohnter manier ordentlich vor weil ja wir haben ja keine zeit nein es ist einfach so unspannend man muss einfach sagen die ersten minuten sind einfach unspannter passiert nicht viel das ist nur rumgefahren und dementsprechend kann man diese zeit auch schnell überbrücken so von da drüben von der mugami kamen die ersten schüsse und dementsprechend widme ich ihr mich auch he schießen einfach aufgrund der möglichkeit dass ich da drauf kommt so und wie gesagt wir haben ja eine leicht sie hat jetzt sehr gut getroffen muss man leider direkt gestehen 8.000 schaden hat er also gleich mit zitadelle rausgenommen aber ich revanchiere mich zumindest mit ein bisschen mit einem kleinen brand der aber direkt leider repariert worden ist ganz klar und die schüsse gehen natürlich auf die insel und nicht auf den gegner drauf so wir wollen ja sehen wie es mit der mugami weitergeht jetzt habe ich auch ap geladen weil eigentlich natürlich wo gar nie oder ein anderer kreuzer ist auf jeden fall mit ap zu bespaßen dementsprechend jetzt bekommt sie ihre ap stellen ab aber in dem fall wie bei schiff versenken nur wasser probieren wir einfach noch mal wenn sie auch dauerhaft und die nächsten schüsse kommen und fliegen ihren weg und diesmal war es ein zitadellentreffer da habe ich mich wieder revanchiert von unten kommt jetzt eine tierpiz an also von hier drüben dementsprechend kriege ich hier die schüsse nochmal drei treffer 1500 1500 schaden also die mugami hat jetzt kein schönes leben gerade weil die andere mugami und ich wir tun ja schon ordentlich weh und jetzt noch mal ein zitadellentreffer wohl ja fast schon unnötig war bei diesem hp stand und dementsprechend zerstört nun bekommt die tierpiz besuch von torpedobombern und ich schieße mal erste salve rüber 5000 schaden mit ap wohlgemerkt jetzt wird aber auf he geladen mugami hat sich beschwert zwei gegen einen ist natürlich schon ein bisschen lustig hat sich ja selbst dahin manövriert und nun also wie gesagt mit he und anzünden heißt das stichwort weil die tierpiz brennt gefühlt recht gut muss man sagen also bis jetzt habe ich sehr immer nur selber gespielt aber man sieht jetzt hier vorher im brand gesetzt und jetzt gleich noch mal also brennen wie gesagt kanse und musste nur mit dem richtigen futter füttern und dementsprechend jetzt immer weiter drauf natürlich jetzt versuchen so wenig wie möglich selber zu kassieren weil jetzt kommt auch eine ferro guard noch von da drüben und die ist jetzt spiel jetzt gleich sehr spannend da müssen wir jetzt ein bisschen ein auge drauf haben ist natürlich für mich jetzt schwierig weil meine mugami die ich noch immer vermeintlich an einer seite wusste ist auf einmal tot das heißt ich bin jetzt hier der ferro guard und der muka und der tierpiz ausgeliefert konnte jetzt hier einen treffer landen aber gerade jagt mich jetzt hält sich will sich jetzt tarnen und täuschen aber nicht mit mir und noch mal zwei treffer jetzt auch die vorderen batterien auf sie drauf und die ging leider leicht drüber so und jetzt wird es riskant jetzt in sie rein drehen um dass man eventuell noch manövrierfähig ist für etwaige torpedos jetzt schießt meine sekundär geschütze auch schon und jetzt zwei ausfälle samt antrieb das ist natürlich jetzt für sie sehr schwierig ich hatte auch gerade viele ausfälle aber da ist es schon weg und da kommen auch schon die tops an die befürchtet waren aber eben gut dass ich mich schon in sie reingedreht hat dementsprechend laufen sie an mir vorbei wir spulen wieder ein wenig beziehungsweise beschleunigen die geschwindigkeit ihr habt gerade gesehen das thema mit dem replays und spulen ab und an gibt es noch kleinere probleme wo ist er das ist die frage der fragen da ist er hinten aufgeploppt jetzt torpedos im wasser und noch 1000 struktur und wir schauen uns in aller manier an und sagt geht sie in rauch auf ja schöne einstellung schön geklaut kann man schon so sagen weil der torpedoflieger hat da schon das meiste selber gemacht nichtsdestotrotz drei kiss nämlich gerne mit schiff ist schon gut angeschlagen aber weiter immer weiter wie ein weiser wann mal gesagt hat also los geht's da drüben jetzt noch eine tierpitz und eine new mexico die jetzt hier greifbar und mehr ist sieht man jetzt hier linke hand ist ja ganz gut zu sehen musste nur wieder aufgehen da bin ich schon entdeckt da ist heißt auch hier natürlich wieder mit he und da 5000 schaden aller ehren wert man könnte auch die new mexico noch mit ap beschießen das ist jetzt so eine gradwanderung new mexico trifft mich auf jeden fall jetzt sehr sehr gut aber gerade he schaden und das thema brand ist bei einem schlachtschiff nicht zu unterschätzen ja so gut wie sie mich trifft so gut kräftig gerade zurück jetzt schießt sich übrigens ab wie man sieht weil sie jetzt einfach die seite so perfekt anbietet aber der schaden sehr sehr reduziert mit 400 so jetzt schießt sie zurück ich habe nur noch 700 und er hat noch 7000 also das zehnfache von meinem hp das ist natürlich jetzt schon ein gewaltiger unterschied heißt jetzt feuerfrei aus allen rohren noch mal 2000 schaden gemacht und jetzt kommen hier schon schüsse von der fu so und noch 1300 weggezogen dementsprechend jetzt ja da ist sie leider weg aber und das ist das spannende ich habe sie gerade auch angezündet mit meinem sekundärfeuer und schaut mal was jetzt passiert traumhaft weil ja 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 sie fackelt weg sie fackelt weg und dann kriege ich den erstes nur ein kratzer award ja mit dem das ist nur ein kratzer award kann man dieses spiel jetzt hier auch beenden das war mein vierter kill zwei zitadellen fünfmal angezündet knapp 80 hits also und mein schiff liegt hier aufgrund trotzdem glaube ich sieht man pencil cola ein gutes schiff wobei die cleveland allerdings echt noch wirklich etwas stärker ist nichtsdestotrotz hoffe ich es hat euch gefallen bis zum nächsten mal euer alcaramba bis zum nächsten mal Vielen Dank.